Untertitelung des ZDF, 2020 Wieso hast du mich heute nicht zurückgerufen? Wir hatten eine Aushilfe und sie hat keine Nummer hinterlassen. Ist sie hübsch? Ziemlich langweilig. Es ist mir ein Vergnügen, sie kennenzulernen, Mrs. Charles. Hi. Du hast gesagt, sie sei langweilig. Dieses Mädchen mag eine Menge sein, aber nicht langweilig. Das weiß ich nicht. Ich sehe immer nur dich. Ich wäre heute fast verrückt geworden, immer so zu tun, als würde ich konzentriert arbeiten mir und ich nur daran denken muss. Lisa! Zwischen uns läuft nichts. Entschuldige, ich habe versucht, Derek zu erreichen. Es hat eine Art Zwischenfall gegeben. Ist ihm was passiert? Ich glaube, das sollte er dir selber erzählen. Mein Name ist Monica Rees. Ich bin Detektiv und leite die Untersuchung. Sie hat nackt in ihrem Bett einen Selbstmordversuch unternommen. Sie lag nackt in deinem Hotelzimmer? Ich möchte die Geschichte aus der Sicht ihres Mannes hören. Nichts davon ist je passiert. Sie hat sich das alles nur ausgedacht. Hi, ich bin Sharons Freundin Kate. Ich habe ein Geschenk für Carl. Das geht nicht. Sie sollten besser etwas gegen diese Frau unternehmen, sonst tue ich es. Du hast dir doch gewünscht, mit mir zusammen zu sein. Keine Angst, ich werde mich schon noch rächen. Ich wusste, dass es so kommen würde. Wir wollten nicht, dass du es so erfährst. Diese Frau ist krank. Ich ruf dich zurück. Ich zeig dir was Verrücktes.